Sie ist heute zum ersten Mal auf der großen Bühne im WUG und bitte gebt ihr einen sehr großen Einstandsapplaus, einen großen Applaus für die LIA SUDOMAN! Danke. Danke. Ja, hallo, ich bin die LIA und ich versuche jetzt mal, euch so ganz bewusst in die Augen zu schauen. Ich muss mich davor darauf konzentrieren, weil ich kann Leuten eigentlich nie in die Augen schauen, wenn ich mit denen rede. Also ich schaue eigentlich immer nur auf den Boden, weil das macht mich immer total nervös. Also so. Naja, und bei so Veranstaltungen, wo man jetzt viel mit Leuten reden muss, also so Smalltalken oder Netzwerken, kann ich mich hinterher dann immer ganz genau an den Bodenbelag erinnern. Da weiß ich dann immer, PVC, Parkett, Teppichboden. Niemand kennt so viele Böden in Wien wie ich. Ich kann mir auch keine Gesichter merken, dafür aber immer die Schuhe von Leuten. Wenn jetzt jemand, also, obwohl ich mich jetzt natürlich nicht für Schuhe interessiere oder so, das nicht, aber wenn jetzt jemand sagt, die Anna kommt zu Besuch, dann weiß ich, ah, die Adidas Anna. Oder meine Nachbarin, die Gore-Tex Gabi. Oder der High Heels, Nils. Ja, so merke ich mir Leute. Aber verwirrend für mich ja dann immer, der Beginn der Badesaison. Anonymitätsfalle, alte Donau. Ne, ich kann mir leider keine Leute merken, deswegen bin ich für Rache auch total ungeeignet. Also, ich würde immer die Falschen erwischen. Ja, ein anderer Grund, warum Rache für mich so überhaupt nicht geht, ist, ich bin zu langsam. Also, ich wäre zu schlurfig für den Rache-Feldzug und ich wäre auch zu gemächlich für so eine Vergeltungsaktion. Ist auch beim Humor so. Ich bin zu langsam für den Running-Gag. Nee, Rache ist echt ein Fremdwort für mich. Also, das ist so ein Fremdwort, da muss ich dann überhaupt nicht Vendetta sagen. Vendetta, da bin ich netter. Ja, vielleicht zu nett aber auch, weil, also, es ist ja so, ne, ich denke immer, ich bin schuld an allem. Und dann bin ich so super erleichtert, wenn ich es nicht bin, sondern jemand anders. Da ist dann natürlich irgendwie an Rache überhaupt nicht zu denken. Ja, nee, ich bin so jemand, ich entschuldige mich dann auch noch im Autoscooter. Ja, Schuld, Scham und immer nett sein müssen. Das ist so der Restmüll weiblicher Sozialisierung. Ja, ich habe ein geschlechtes Gewissen. Aber, ja, ist so. Das habe auch nicht nur ich. Aber jetzt, also, so weiblich sozialisiert wird man ja jetzt ja nicht nur durch die Erziehung, sondern auch so pharmazeutisch, also durch Drogen. Durch die Pille zum Beispiel. So, ja, es ist wirklich so. Weil, also, ich habe die Pille genommen, ich habe die Pille 15 Jahre lang genommen, ja. Aber es ist so, mit der Pille ist es halt, wenn du die, also das ist wie, ja, die Pille. Ich habe die Pille 15 Jahre lang genommen, angefangen habe ich mit 14, so. Da hatte ich noch überhaupt, da hatte ich noch überhaupt keinen Sex. Da hatte ich auch meine Periode noch nicht. Ja. Aber das ändert sich dann schnell, natürlich, mit dem Sex. Weil, äh, also die kostet ja auch Geld, so. Die Eltern haben es bezahlt. Die wollten natürlich Ergebnisse sehen. Ja, ja. Aber Ergebnis ist in dem Fall natürlich kein Ergebnis, ja. Nicht schwanger werden. Ja, aber mit der Pille ist es halt so, wie, wenn man jetzt, wenn jetzt im Film eine Waffe gezeigt wird, so am Anfang, dann weiß man, okay, die wird später noch benutzt, so. Die muss aber dann später auch noch benutzt werden, ja. Weil so funktioniert nämlich Dramaturgie, so. Und so erzählt man sich das halt und so erzähle ich mir das halt dann auch, so. Also, klar, äh, wenn ich die Pille nehme, wenn ich mir die einführe, dann muss ich halt auch noch was anderes einführen. Und dann gibt es halt Heteropenetrationssex, so. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das meine Libido so einschränkt. Also, das steht schon drauf, auf dem Beipackzettel, ne. Aber, pff, ist das dann wirklich passiert? Ich meine, naja, also, klar, irgendwie, ich hatte ja keinen Vergleich. Ich wusste ja jetzt nicht, wie meine Libido wäre, wenn ich die Pille nicht nehme. Ja, aber auf dem Beipackzettel, das ist halt dann, ja, so diese ewig lange Nebenwirkungsliste. Und ich meine, da gehe ich halt durch, wie durch so Datenschutzverordnungen im Internet, ja. Das überfliege ich halt so und klicke dann auch auf, ja, einverstanden, passt schon. Mal weiter. Und die Nebenwirkungen, die sind dann so, das sind dann so die Cookies der hormonellen Verhütung. Habe ich halt auch alle akzeptiert. Naja, der Restmüll weiblicher Sozialisierung, den habe ich auch mal direkt übertragen, auf den Restmüll von meinen Nachbarn. Weil das war nämlich folgendermaßen, also, ich habe in Köln in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, so im obersten Stockwerk, und meine Nachbarn, die haben immer ihren Müll vor die Tür gestellt, um ihn dann mit runterzunehmen, so. Und dann sind sie in Urlaub gefahren und haben den vergessen. Und dann stand er da und hat halt das ganze Treppenhaus vollgestunken und ich habe jeden Tag gedacht, jetzt muss ich aber mal der ihren Müll mit runternehmen. Aber irgendwie habe ich es dann die ganze Zeit wieder vergessen, so. Und ich habe mir gedacht, ach man, okay, jetzt stelle ich meinen eigenen Müll abends raus, damit ich morgens daran denke, dass ich der ihren Müll auch mit runternehme, so. Aber am nächsten Morgen waren dann beide Müllsäcke weg, weil dann sind die in der Nacht zurückgekommen und haben ihren Müll selber rausgetragen und meinen noch mit dazu. Aber das war mir so unangenehm. Boah, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt und dann habe ich einen Entschuldigungsbrief geschrieben und habe den dann so zusammen mit Schokoriegeln an so einen Bindfaden gebunden und das Ganze dann so an so einen Türknauf gehängt, von denen halt. Aber dann haben sie bei mir geklingelt und wollten mit mir reden und haben gesagt, dass sie das super weird fanden und dass sie dachten, ich mache mich über sie lustig oder ich verarsche sie oder so. Naja, ich bin dann ausgezogen. Überhaupt weg aus Köln nach Wien? Es gibt ja den Spruch, one man's trash is another man's treasure. Und bei mir heißt es, one man's trash is another man's pressure. Oder women's in meinem Fall. Was ja auch wieder total typisch ist. Naja, und in Wien, da war dann das schlechte Gewissen schon überhaupt vor mir da, weil ich habe die GIS angemeldet, da wusste ich noch gar nicht, was der ORF ist. Jetzt, was ist die GIS? Für alle, die es jetzt nicht am Schirm haben. Die GIS ist die Gebühren, also das Gebühreninfoservice. So, also halt die Rundfunkgebühren, die Fernsehgebühren. Das gibt es in Deutschland auch und da heißt es GEZ, Gebühreneinzugszentrale. Aber in Österreich, Gebühreninfoservice. Ich habe mir gedacht, hä, das kann ja auch nicht wahr sein. Ich meine, was ist denn das für eine Verharmlosung? Wirklich Gebühreninfoservice? Naja, ich will jetzt nicht so ein deutsch-österreich-Klischee aufmachen, aber jetzt, also nicht nur, nicht nur, wenn es ums Fernsehen geht, redet man in Österreich ungern über den Anschluss. Was? Ich habe nichts gemacht. Nee, nee. Der Fernseher ist einmarschiert in meine Wohnung, hat sich von alleine angeschaltet. Was hätte die machen sollen? Habe ich halt zuschauen müssen. Naja, aber nicht so bei mir. Also, ich habe ja die GEZ quasi präventiv angemeldet, obwohl ich überhaupt keinen Fernseher habe. Weil, meine Angst ist folgende, dass die GEZ an meiner Tür klingelt und dass ich das denen dann sagen muss, dass ich keinen Fernseher habe und dass die dann total enttäuscht sind. Und dass die dann so sagen, so, was? Wieso? Haben Sie keinen Fernseher? Freut Ihnen unser Programm nicht? Machen wir was falsch? Zu viel, zu viel, Barbara Kahlig, zu wenig Alternative. Nein, ich würde sterben. Ich würde sterben. Aber der Gis-Mann immer noch besser als der Cis-Mann. Wann kommt eigentlich die Cis-Gebühr? Die Steuer für die Zweifelsfreien. Weil, das wäre doch eigentlich eine Idee. Also, so alle, die so ganz super sicher sind mit sich und ihrer Identität und der Welt und so, die könnten ja so einen Solidaritätsbeitrag leisten. Und alle anderen, die fahren davon dann einmal im Monat in die Therme nach Oberla zum Floaten. Naja. Ja, Floaten, Floaten wäre für mich auch super. In so einem Salzwassertank liegen und warten, bis das Salzwasser mich so langsam zersetzt. Ja. Das ist ja okay. Aber jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt so dem Rache-Thema so überhaupt nicht gerecht worden bin. Deswegen zum Abschluss meine drei ultimativen Rache-Fantasien. Rache-Fantasie Nummer eins, die Pille gegen den Mann. Rache-Fantasie Nummer zwei, weiß ich noch nicht. Und Rache-Fantasie Nummer drei, digitale Autokorrektur. Ich programmiere den Binnen-E-Bot fürs Standardforum. Danke. Lühers Zimmerer!